Es gab gerade im EP eine Aktion gegen TTIP. Worum ging es genau? Also das Freihandelsabkommen TTIP, das Freihandelsabkommen der EU mit den USA, die Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt. Über 600 Wirtschaftslobbyisten haben Zugang zu den geheimen Verhandlungsdokumenten, während selbst wir als gewählte Europaabgeordnete, die Lobbyisten sind ja nicht gewählt, keinen Zugang haben und deswegen haben wir vor dem geheimen Leseraum heute demonstriert. Ich hatte meinen Schlüssel dabei, er hat leider nicht gepasst und wir haben auch aufmerksam gelauscht, ob vielleicht noch ein Lobbyist in dem Raum steckt und klopft und raus will. Das war nicht der Fall, aber wir werden hier weiter Druck machen.